Tja, mein Freund. Wohlbekommens. Wir schalten hier gleich mal die Lichter aus. Denn überhaupt. Verlassen Sie die Min. Hüter! Tja, das ging jetzt mal. Wirklich fix das Level. Schauen wir mal, wie das nächste Level wird. Wäre ja langweilig, wenn es immer nur so einfach bleiben würde. Aber so wie ich das Spiel kenne, ist es wie am Anfang mit dieser Kombolanz leicht. Und dann geht es knüpperdick weiter hier. Tja, schon. Da sind wir wieder. Wir verbrechen. So, dass du jetzt trobiges elektrischen Fahrt. Ah, da ist dieses kleine Fliegelfliegel. Ich liebe viel. Wieso hat er sich hierhin geschlüsselt? Nimmst du den noch mit? Ecke Tüttung. Nach Meistertwinkel. Wir sind hier nur Frau. Durch den Hintern bis zum Mund. Wer eine richtige Öffnung verpasst. Eine durchgehende Öffnung. Oh! 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 Ehh. Das war jetzt totaler Fail von mir. Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren, ob wenn ich den Schwarz benutze, dann auch drauf gehe. Und ja, ich gehe drauf. So einen kleinen Gag erbraten, schadet er nicht. Wäre auch langweilig. Man muss ja nicht immer so ernst sein. Ja, dann schon wieder. Joa, ne. Weißen wir ihm hier wieder in den Kopf übern, Freund? Oh, ne. Oh, ne. Ganz vorsichtig, wenn's dich umdreht. Hab ich's. Ihr rechnet bestimmt nie damit, dass ich durch diese kleine Öffnung passe. Oh, ne, wirklich? Scheiße. Nein! 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 Oh, ne. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Nein! Also einmal war gut, das zweite Mal war jetzt unnötig. Ich dachte, ich bin außer Schusslinie von dem Ding. Aber nein! Man muss es sich noch ein bisschen weiter umbringen. Ist doch echt ne Verarsche. So. Okay, mein Freund. Du deine Aufgabe. Ich weiß, du schaffst es. Und ich war auch meine Aufgabe. Ich glaube nicht, dass es mir schmecken. Du musst es jetzt nicht mehr tun. Ich bin runter! Ich bin runter! Ja, ja, Junge. Kann ich hier? Ja. Das V-Pan hat sich doch eben total toll. Und? Ich kriege jetzt eine rein mit. Ich würde sagen, die schnappen wir uns jetzt als nächstes. das ist ja auch noch die einzigartig machen wir einfach nur die schlichten machen wir das Ding auch noch kaputt hab ich eben gar nicht gesehen so haben wir auch ja nicht, was ist wirklich schade verboten wie die sind, Alter zähle ähm schauen wir mal ich würd mal sagen die ist da hinten hoffentlich hab ich recht wir sehen sehen, sehen sie nix wieso komm ich hier nicht hoch alles durchgehend geschlossener Stromkreis geschlossener Stromkreis alles kleines komm ich da raus aus das gibt's doch nicht dieser Scheiß tot jetzt schaffe ich's trotzdem nicht oder was das ist jetzt hier merkwürdig ist das jetzt schon ich muss da irgendwie da hochkommen ich bin grad irgendwie ein bisschen blind und also heute hab ich wirklich nicht äh vom Erkundungsreichtum nicht den besten Tag Leute aber wo komm ich überhaupt her da ist dieser Scheißturm da ist dieser Scheißturm Leute wollt ihr mich ver- oh schön da los das kann doch nicht rein wir gehen die Scheiße auf wir gehen die auf wir gehen die auf hier da ist der Zaun noch an hier ist er aus ich komm da aber nicht raus ich bin mir sicher dass ich irgendwas hier machen muss nur was weiß ich aber wieder nicht oh ja ich bin mir sicher dass ich irgendwas hier machen muss jetzt stell dich doch nicht so blöd an Alien du kannst doch einfach da drüber springen jetzt bin ich wirklich ganz ehrlich was soll das denn muss ich jetzt einfach da rein oder was sag mir nicht ich müsste einfach durch na klasse es war mal wieder so klar dass ich sowas nicht seh Peter ich kom idée natürlich ca команд die je Die Junge kommen raus, dann ist es schnell vorbei. Also Lüftungsschacht gibt es hier scheinbar nicht. Egal, kümmern wir uns erstmal um die netten Herren in... Was wissen Sie? Oh! Hallo? Das ist schon wieder so eine Selbstbeschussanlage, oder? Boah! Der Flammenwehr verbringt dir jetzt auch nicht mehr viel, mein Freund. Was ist da oben? Wir brauchen eine Bewegung zu über 25. Oh, hallo? Oh, hallo? Oh, hallo? Das ist schon wieder, Lüftungsschacht. Geh und investigatet. Ja, die 25. Oh, was ist das? Ich bin hier. Ich bin hier. Bewegung zu über 25 und nach. Ich muss mich auf einfache Bewegungen beschränken. Verdeckte Tötung, nimmst du den mit. Jetzt würde es einfacher.